Ich mach das nicht für dich. Smoke, bist du das? Smoke, antworte! Ist der Computer des Autos wieder aktiv? Nein, da muss dieser Typ am Steuer sitzen. Wir benötigen die Zukunfts-Code sofort, Charles. Sheriff Ramsey, würden Sie bitte meinen Bossen Nachdruck verleihen? Mike, bleib vorsichtig. Das ist mein Vater, der ist drin. Denkst du was, weiß ich nicht. Raymond, geben Sie in die Codes. Nein. Ohne Computer funktioniert auch die Nanofasie-Gesetz-Properatur nicht. Und können wir den Computer hochholen? Dann bleiben wir nur 10 Sekunden, danach übernehmen die die Kontrolle. Die Codes sind los. Mike, überhol sie von links. Sheriff,ена hide aus! Herr Obama, mein Vater! Herr? Herr? Nein, hör sie auf! Ich geb' ihnen die Kutsch, ich geb' sie! Ich hab' den Bechtel in Promesos eingebaut. Es ist ein einfaches Masswort. Es wird funktionieren. Send' die Fotos! Warte! Was ist los? Wenn ich dir sage, schalt' den Computer ein! Wozu? Mike! Was hat denn hier vor? Okay, Sarah, einschalten! Wenn du den Computer retten willst, dann tu es! Okay, der Computer ist wieder aktiv. Und er blockiert die Kurzübermittlung. Okay, bist du da? Ja, und ich sende Störsignale auf allen verfügbaren Frequenzen. Dennoch wird das feindliche System in acht Sekunden die Kontrolle gar nicht erlauben. Mir leid, Kumpel. Das könnte jetzt wehtun. Mike! Was genau haben Sie vor? Was ist das? 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 Sarah! Sind Sie wohl aus? Ja! 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 Das ändert nicht das Geringste. Das ändert nicht das Geringste. Jetzt sehen Sie sofort alle Anrufstaten auf! Das ist einfach so schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.